Hi Filmfreunde, nachdem wir jetzt drei Wochen lang nur Action und Knallerfilme, Blockbuster etc. hatten, habe ich mir überlegt, machen wir diese Woche mal ein bisschen was gefühlvolleres. Ich möchte nur von euch wissen, aus welchem Film die Szene ist, die jetzt in 40 Sekunden ungefähr zu sehen ist. Bitte nicht einschlafen, schaut euch das Video bis zum Ende an und schreibt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.